und schön dass du wieder mit dabei bist bei resident evil village ja wie weit waren wir da hinten schon wieder viel vergessen fehlt uns noch was uns sind noch etwas und wir müssen durch die türe dann irgendwann mal so riesen baby oder die riesen truppe oder ach ich weiß nicht mach's noch auf noch gleich was ich schreck mich wieder voll was von anderen seiten verschlossen hmm hmm da ist was er stimmt nur um mal wieder aus und muskelschutz klug nicht mehr aus oder so wie gering stimmt ja sauber machen 0 5 9 21 11 das ist das 29 sich macht ihr wegkommt 9 rüber 11 irgendwas passiert jetzt Wie kommt ihr hierher? Wie kommt ihr hierher? Wie kommt ihr hierher? Okay, ich habe keinen Hinweis. okay ich erst mal raus und das fehlt sogar noch irgendwelche zylinder okay hier ist die tür von alleine aufgang okay sehr unheimlich geht auch so ah Hm. Hm. jetzt flossen irgendwas fehlt hier noch ich muss doch hier drin irgendwas machen es musste ergeben diese kratzer darauf und es das es 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 aber was soll hier nicht stimmen da irgendwie Momentum ist das so sein? ne es ist also nicht nur aber irgendein hinweis oder hier gibt es aber auch nichts irgendetwas Oh, oh, oh. Oh, der Ehring war ja nur das Datum. Geht noch was, was ich nicht habe, ne? Ich erinnere mich auch nicht mehr, was ich machen soll oder muss. Gibt es da einen Hinweis? Hm. 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 Nee. Da geht auch noch nix. Gut. Dann muss ich hier noch ein bisschen rumtüfteln. Aber kein Hinweis, ne? Ja. Das wird so nix. Was hat das mit den Einkerbungen auf sich? Oh. Ich hab die Pinzette gefunden. Ah, jetzt muss ich an den Mund gehen. Rätsel, Lösung, Mund. Hallo Schwangere. Jetzt können wir das Leben. Also doch. Die Einkerbungen waren schon richtig, ne? Nee, jetzt haben wir das. Dir. Filmstreifen. Oh Gott, nein. Das... Ich bin mal weg. Ich bin gar nicht da. Was darf ich denn wieder nicht erfahren? Das geht schon los, ne? Jetzt bricht gleich die Höhle los. Das ist doch noch nix. Normalerweise. Genau? Ich bin einer. ... Die Höhle los. aus bestem freund das sind die bärchen da ist uns beweis für seine ewigen lieben treueste ring gewesen habe ich ganz hinten hingeschoben die geschichte was wir so machen ein hochsatz geschenk von der oma haben wir zum abspielen so ring und hier sonst weiter machen die ganzen puppen nur mit scherte schneiden und mich ist doch mal dran ne ich wollte es dir nicht verheimlichen was hast du getan ich habe es entriegelt was hier aber was habe ich das neue ne ach so da ist die baby drauf ne ich habe es aufgemacht muss verstecken lieber doch nicht da ist die tür aufgegangen da muss aufschneiden ich habe es Unheimlich. Das hier hat schon alles gepasst ist ganz genau ist so dunkel Will man da runter gehen, Steinbeier? Oh boy. Ich bin hier. es wird gut wird gut alles voller blutspuren nein 1 auf muss hier rein stellen dann was ein schreck aber es ist nicht gefunden oh mein gott geht weg was ein fisch ich stehe rum ich Was ist das? Was ist das? Woher, was da hier? Ja, ne? oh mann wo geht es jetzt hin war nichts ja 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 Es war schwein Nein, nicht Du musst nicht rumdrehen Ich seh nichts Du bist hier Hey Hör auf Hör auf Weg hier Hör auf Oh, oh. Lipps hier richtig, ne? Oh, Strom. Oh, was? Wie bitte? Wie, was? Wo? Lass mich in Ruhe. Wieder rein. Kann ich nicht. Anja, ey. Ach, psychoscheiß. Ich bin nicht im Schrank. Oh, oh. Na, 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 na. Na, na, na. Oh. Oh… Oh, oh. 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 Oh, oh. oh man wie heftige nacht Ach, hier ging es denn noch runter, ne, da will ich gar nicht hin. Ach, hier ist es, wer, ging mit mir. Oh, 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 oh. Na ja, ich kann nicht erlauben, das ist das schnellste, was geht. Ich habe die ganze Zeit gedrückt gehabt. Ich habe doch schon mal gedrückt gehabt, man, man, man. Oh. 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 Oh.